Der Prolog von Urit vom 7. November Gedenken Der heilige Märtyrer Hieron und seine Gefährten Hieron wurde in Tiana in Kappadokien von einer guten und frommen Mutter geboren namens Stratonika, die blind war. Hieron war ein sehr eifriger Christ und half seiner blinden Mutter mit inniger Sohnesliebe. Aus zweierlei Gründen wollte er nicht zum Militär gehen. Er leistet jenen Widerstand, die geschickt waren, ihn einzuziehen und vertrieb sie. Hieron wollte einerseits seine hilflose Mutter nicht verlassen und andererseits bekümmerte ihn allein schon der Gedanke, dass er gezwungen wäre, als Soldat den Götzen Opfer darzubringen. Schließlich wurde Hieron zusammen mit anderen Christen verhaftet und man führte sie vor den Stadthalter der Stadt Militäne. Als die noch auf dem Weg waren, erschien Hieron eines Nachts ein Mann, gekleidet in leuchtendes Weiß und sagte, Siehe, Hieron, ich verkünde dir Rettung. Du sollst nicht Krieg führen für einen ödischen König, sondern für den himmlischen König wirst du deinen Kampf vollenden und bald wirst du zu ihm kommen, um Ehre und Herrlichkeit zu empfangen. Hierons Herz wurde darüber von unsagbarer Freude erfüllt. Die Militäne wurden alle ins Gefängnis geworfen und Hieron stärkte mit großem Eifer die Gefangenen im Glauben. Er ermahnte sie, es möge nicht einer von ihnen abfallen. Alle bis auf einen bekannten ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus. Die Ausnahme war Viktor, ein Verwandter Hierons. Er fiel vom Glauben ab. Die Folterer schnitten Hieron die eine Hand ab, dann peitschen sie ihn aus und peinigten ihn auf verschiedene Weise, bis sie ihn und anderen haupteten. Als die Märtyrer zum Exekutionsplatz schritten, sangen sie den Psalm. Selig, die untadelig sind auf dem Weg, die da wandeln im Gesetze des Herrn. Psalm 118, Vers 1 Hier sind die Namen der ehrwürdigen Märtyrer, die zusammen mit dem Sein im Buch des Lebens verzeichnet sind. Esikios, Nikanda, Athanasios, Mamas, Barachios, Kalinikos, Theogenes, Nikon, Longinos, Theodoro, Valerios, Xanthios, Theodoulos, Kalimachos, Evgenios, Theodoroos, Ostrichios, Epifanias, Maximian, Dukitios, Dukitios, Claudian, Theophilos, Gigantios, Dorosios, Theodotos, Castrichios, Anikletos, Themelios, Eftichios, Hilarion, Theodotos und Ammonitos. Ein Mann namens Chrysanthos erwarb Jerons abgetrenntes Haupt und begrub es ehrenvoll. Später errichtete er im Namen des Heiligen eine Kirche darüber. Das abgetrennte Haupt des Märtyrers war zuvor zu seiner Mutter gebracht worden. Der heilige Aaron erlitt zusammen mit seinen Gefährten im Jahr 298 das Märtyrium und trat ein in die Heiligkeit Christi. Die heilige Märtyrerin Cessalonica zusammen mit Auktus und Taurion. Diese Jungfrau war die Tochter eines heiligen Priesters namens Cleon, der ein reicher und hochmütiger Mann war. Aufgrund ihres Glaubens an Christos vertrieb sie ihr Vater aus dem Haus und der Stadt. Zwei ehrenwerte Bürger tateten Cleon wegen der unmenschlichen Behandlung seiner Tochter und er denunzierte sie seinerseits als Christen. Sie wurden um Christi willen grausam gematet und enthauptet. Thessalonica wurde daraufhin ebenfalls gefoltert und getötet. Sie litten das Martyrum in der Marke donischen Stadt Amphipolis in der Nähe des heutigen Gavala. So wurden diese drei Märtyrer des ewigen Reiches würdig durch ihr ehrenvolles Leiden. Der Gott geweihte Lazarus von Galesion Eine Lichtsäule erschien über dem Haus, in dem er geboren wurde. Lazarus verließ sein Dorf Magnesia und begab sich auf Pilgerschaft nach Jerusalem und zu den heiligen Plätzen. Dort wurde im Kloster des heiligen Savas des Geheiligen zum Mönch geweiht. Nach zehn Jahren ließ er sich auf dem Berg Galesion nieder und widmete sich auf einer Säule der Eskese des Hyliten. Lazarus war ein Wundertäter zu Lebzeiten wie nach dem Tod. Kaiser Konstantin Monomachus hatte große Achtung vor ihm. Der heilige Lazarus trat in die Ewigkeit ein gegen Ende des 11. Jahrhunderts. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Hieron und seine Gefährten Gefängnisse sind besondere Orte. Im Gefängnis sprach der heilige Hieron. Und meine Brüder, meine Gefährten, haltet fest an Gottes Wort, an Gottes Wort und seinem Gesetz. Seht, aus unvorstellbarer Zeit ist die Schlange aufgestanden. Trachtet danach, euch mit Glitzern zu betören, sodass eine nach dem anderen ihr in die Hölle folgt. Und erwerft euch nicht, Brüder, wahre Gläubige. O hört auf den demütigen Hieron. Was euch die Schlange verspricht, ist flüchtig wie das grüne Gras. Mutig erduldet eure Leiden. Verkauft nicht das Ewige gegen das Zeitliche. Heute oder morgen wird der Tod kommen. Dann müssen alle zum Gericht Gottes gehen. Selig ist, wer nicht beschämt wird, wenn er den Richter vor sich sieht. Mehr noch jener, der dem Richter zeigen kann, das Blut, das er für ihn vergossen hat, und die Wunden, die er um seines Namens willen trägt, ein solcher wird herrschen mit ihm in Ewigkeit. Betrachtung Es gibt entscheidende Augenblicke im Leben, von denen das ewige Leben oder der ewige Tod abhängt. Wir wissen nicht, wann wir einem solchen Augenblick begegnen. Er kann heute geschehen. Aus diesem Grund müssen wir ständig wachsam sein. Viktor, ein Neffe des Heiligen Hieron, wurde mit ihm zusammen verhaftet. Am Abend ihres Materiums wurde Viktor von Furcht vor den anstehenden Foltern ergriffen und ging zum Gouverneur des Gefängnisses und er bat ihn, seinen Viktors Namen aus der Liste der Todgeweihten zu streichen und ihn gehen zu lassen, wobei er ihm versprach, ihm sein eigenes Land zu geben. Der Gouverneur strich seinen Namen aus, auf dem Heimweg starb Viktor plötzlich. Er starb einen natürlichen Tod zur selben Zeit, als der heilige Hieron und seine Gefährten unter den Martern, die sie und Christi willen erdulden, starben. So war Viktor vergeblich vor dem Augenblick der Entscheidung geflohen, hatte sein Land verloren, er verlor seine Freunde und sein Leben, sowohl in dieser Welt als auch in der kommenden. Doch Hieron gewann in diesem entscheidenden Augenblick alles. Keiner hielt Ausschau nach Viktors Leib, doch viele suchten den Leib Hierons. Als die Christen den Gouverneur um Hierons Kopf baten, verlangte er dessen Gewicht an Gold dafür. Christanthos, ein reicher und frommer Mann, zahlte die geforderte Menge an Gold für das kostbare Haupt des Märtyrers. Antonius und Matronian versteckten eine der abgeschlagenen Hände des heiligen Hieron und brachten sie zu dessen blinden der Mutter. Sie nahm die eine Hand des Sohnes und klagte bitterlich. Oh mein geliebter Sohn, du warst heil und vollständig. Alltätig gebar und jetzt habe ich nur noch dieses kleine Stück. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die entsetzliche Gewalt, die ein böser Geist über jene hat, die ihm dienen. Apostelgeschichte 19 Wie sieben Hebräer versuchten, Paulus nachzuahmen und böse Geister jedoch gegen Bezahlung aus den Menschen auszutreiben. Wie der böse Geist ihn antwortete, Jesus kenne ich und Paulus kenne ich, aber wer seid ihr? Wie der Mann mit dem bösen Geist auf sie sprang und sie besiegte. Homilie Über die dunklen Wege der Menschheit vor und außerhalb von Christus Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht. Unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen regiert. Epheser 2, Vers 2 Der Weg zum Untergang ist ein einziger Weg für alle. Wie es der Art dieser Welt entspricht, bedeutet das Sterben nach der Sünde. Unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert. Bedeutet, dem Willen jenes Anführers der Dämonen zu folgen, die in der Luft wohnen und jetzt noch in die Ungehorsam regiert, bedeutet, dass auf jene Weise, in der die Feinde Gottes jetzt noch leben, alle Menschen vor dem Kommen Christi lebten. Und somit auch jene, an die der Apostel schreibt. Was ist die Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Luft regiert? Es ist die Schar der bösen Geister, die sich in ständiger Bewegung im Bereich der Luft befinden. Diese Geister bringen das Verderben in den Luftraum und sie behindern die Seelen der Toten bei ihrem Aufstieg zum Himmel. Sie verderben den Geist der Menschen und ziehen ihn in jedes Übel. Sie veranlassen ihn zu jeder Sünde, sie zwingen nicht, denn so weit reicht ihre Macht nicht. Doch sie verlocken und machen geneigt. Auf die Heiden wirkten sie stärker und direkter ein als auf die Israeliten. Sie fielen über die Heiden her wie ein Schwarm fliegen über ein Kadaver. Auf die Israeliten aber wirkten sie von fern ein, um sie zu verführen und aufzustacheln. Sie hielten sich in größerer Ferne von den Israeliten aufgrund des Namen Gottes, der unter den Israeliten gehegt und ausgebrochen wurde. Christus, der Herr, verstreute diese Geister und zog ihnen den giftigen Stachel heraus, sodass sie als leere Schreckgespenster zurückblieben, als schwache und wesentliche Schatten, die bei der Anrufung des Namens Christi oder durch das Kreuzzeichen sofort verschwinden. O Herr Jesus, unser Führer und Erlöser, hilf uns, in deiner Freiheit zu leben. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.